Musik Eines Tages diskutierten die Tiere über Weihnachten. Sie stritten miteinander, was wohl das Wichtigste an Weihnachten sei. Da sagt der Fuchs, na ganz klar, Gänsebraten, unbedingt Gänsebraten, machen gerade Weihnachten, Eulen, Gänsebraten. Da kommt der Eisbär, sagt, schöne Reise, Weihnachten. Da kommt das Reh, ich kaufe auf einen Pannung, einen großen grünen Pannung, sonst kann ich mal Weihnachten feiern. Und die Eule meint? Aber nicht so viele Kerzen, schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist das Wichtigste. Der Fuchs? Ich muss mal ein neues Kleidungsverlust, weil ich kann ein neues Krieg, weil ich kann ein Weihnachten feiern. Und die Elster schmeckt, sag ich? Und schmuck, jedes Weihnachten kriege ich ein Geschenk. Eine Kette, ein Ring, eine Brücke oder eine Kette. Das ist für mich das Allerwichtigste von Weihnachten. Und der Bärbrunnen? Aber bitte den Stollen nicht vergessen. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht geht und die ganzen süßen Sachen, dann verzichte ich schon auf Weihnachten. Auch der Dachs erzählt. Mach es so, wie ich. Pennen, pennen, pennen. Das ist das Braum. Weihnachten heißt, wenn ich pennen. Dann rief der Ochse. Und saufen. Dann riefst du einen, saufen. Und dann pennen. Das war's jetzt, du Ochse. Das ist ja die Hauptsache. Und Hanna? Das sind das dann auch die Menschen. Das sind Kinder, das ist ja die Christa.